Den hab ich jetzt auf perfekte Hänge gesetzt. Scheiße! So, schon besser. Was ist der denn? Achtung! Schauen wir uns mal ein bisschen die Gegend an. Ich weiß, mit einem Panzer komm ich da nicht weit mit. Aber egal. Ah, hier ist das für die Toxin Traktoren. Wir sind unterdings! Wann kommt es jetzt wieder? Wann ist das Eis jetzt? Verzündung! Nein! Verloren! Sack, ey! Achso, da kommen wieder... Ich habe jede Menge Munition! Frau für China! Verteidiger des Friedens! Wird gemacht! Was war das? Wir kämpfen für die Rote Armee! G3! Wir fahren da hin! Befehle werden ausgeführt! Genau! Da komme ich zwar nicht weit mit der Welt ein... Stärke Stand! Chinas Panzerdivision! Wir werden im Wohlstand leben! Sieht gut aus! Wo sind sie denn? Eins, zwei, drei... Ja! So! Die Feuer noch mehr! Wir sind unbesiegbar! Sieheuer! Und hier eine Schilden im Wohlstand! Für die Rote Armee! Gute Arbeit, Genosse, die Arme! Sie haben die Chemiewaffenbasis zerstört! Jetzt kann die GBA keine Top 10 Trastoren mehr bauen! Wo ist jetzt mein Bödo sein? Ah, okay. Was? Uh, hier passiert. Keine Ahnung. Wir kämpfen für die Rote Armee. So, die bleiben als mit Schutz da, dann nehme ich rein. Ach so, ich hab hier noch gar nicht... Ich sag mal... Gehletorf, was ist denn hier los? Äh, P-p-p-p-p-ka... Ach! Blütsch. Wisst ihr was ich schon vergessen habe? Eine Kaseine zu bauen. Ich hab mich schon gewundert. Ach, das sind Autobomben! Alles klar! Ja! Das Gebäude ist fertig! Oh, jetzt aber! Na? Hä? Wir nehmen die Fähre! Verteidiger des Friedens! Nein, nein, nicht! Upgrade verfügbar! Rachen, Panzer! So, jetzt kann ich nämlich auch... Steh gestanden! Sofort! Glückwunsch, General! Sie wurden befördert! Das Gebäude ist ja riesig! Für die Ehre Chinas! So! Wir ziehen uns zurück! Scheiße! Wechsel! Wir sind nicht genug! Wo geht's zur Flach? Der Sieg ist unser! Attacken! Guck, Ges��s! Wird... Ich kann zwar aufhören, auf mich zu ballern! Wechseln! Was? Wo? Wie? Hä? Mein Panzer, in einer hier? Ja, gut, der war ich. Für die Ehre Chinas! Was ist denn? Hä? Scheiße! So! Systeme bereit! Einhalt verloren! Fuck! Das war's! Das war's! Wir rücken vor! So! So! Nee, das wollte ich haben! Ist er schon da? Ist er schon da? Nee, da! Gemeinsam sind wir stark! Boah Mädels, geht mir nicht auf den Sack, ey! Ja! 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 China's Panzer Division! Hast du? Einhalt verloren! Am besten nicht, boah! Gemeinsam sind wir stark! Wir werden im Wohlstand leben! Chinas Panzer Division! Ach ne, das ist ja selber einfach. Na wunderbar. Warum reifen die nicht an? Sagt mir doch noch einer mal. Ihr Drecksäcke, ihr verdammt. Schieß doch mal einer. Einheit für nur. Oh, jetzt hab ich. Nein, 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 nein. Boah, das geht so gut zusammen, ey. Der hat immer so gut zusammen. Ja, oder was fällt denn da hinten? Hä? Was ist so ein Geiler? Was hast du denn da? Einheit verloren. Lasst uns bauen. Einheit verloren. All to burn the way. China hat angegriffen. Einheit verloren. So, diesmal pass ich besser auf. Komm, zeig euch. Seid hier. Ich mach mich erst mal da. Wo geht's zur Schlacht? Alter. Verderben alle Feinden Chinas. Verderben den Feinden Chinas. Ich kämpfe für mein Volk. So. Ey, die werden angegriffen. Die machen nix. Verderben alle Feinden. Das gibt's doch nicht. Zurück. Verderben den Feinden Chinas. Geht's noch. Es gibt keinen Kopf. Ich kämpfe für mein Volk. Verderben den Feinden Chinas. So, die Waffen kommt weg. Attacke. Ich kämpfe für mein Volk. Für die rote Armee. Ja, hierher. Oie, 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 oie. Scheiße. Warum greift da keiner an? Oh. Guckt euch deine Einheit auf, wie es zukommt, ach du Scheiße. So, wo hab ich denn jetzt noch ein? China war sehr groß für dich. Das war mal ein Heimschissen, Leute. Okay. Wir wollen nicht. Ey. Ach, leck mich doch am Arsch. Leute, ich hasse diesen Drecks-Coupie-Maker, ey. Das ist jetzt schon das zweite Mal, ey. Mann. Ich bin der Heimschissen. Hey, ich bin der Heimschissen. Aaaaaaaaaaaaah. Für das Reich der Mitten, hau ich das. Ach, Drecksautobomben. Verteidiger des Friedens. Komm, du gehst auch noch mal hin. So, und Abfahrt. Mann, 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 Mann. Schon der zweite, ne? Das ist der Lumi Maker. Was willst du denn? Achso, wir haben noch keine Zeit. So, der Auto zerstört, oder? Ah, nee, der ist schon zerstört. Ach, ich trottel! Nein! Ja, war ja schon zerstört. Ich trottel. So, Abfahrt, führ zurück. Ach, warum mach ich das eigentlich immer so? Wir kämpfen für die Rote Armee. Oh! Scheißdruck. Ich baue für China. China wird wachsen. So, jetzt sind Haller. Ja, General. Ich muss den Norddeutscher. Keiner mehr da? Der Sieg ist unser. Einheit verloren. Oh, Einheit. Oh, das ist noch nicht. Okay, wir werden die Flaschen. Ja, wir werden die Flaschen. Wir werden die Flaschen. Wir sind unwillig siegbar. Der Sieg ist unter. So, da steht nichts mehr. Nein, da braue ich einfach alles. Einheit verloren. Scheiß Autobob. Die Terroristen sind keine Gefahr mehr. Gute Arbeit. Ja, so, jetzt beende ich erstmal die Aufnahme. Ich gucke mal, was denn mit dem Movie Maker jetzt gerade los war. Ja, zweimal hat er das Spiel unterbrochen. Könnte ich kotzen. Ich melde mich dann bald mal wieder. Also bis dann, haut rein und tschüss.